Ein Fischer, ein Forscher, ein Farmer, ein Geiger, ein Dirigent, ein reicher Friseur und ein Armer, die liegen in Maryland. Ein Koch liegt am Rand von Montana, ein Fleischer liegt bleich in Vermont, ein Heizer in Louisiana, schwarz hier hinter dem Horizont. Ein Dunst liegt über Dakota und über Minnesota, Nevada liegt Rauch und Qualm über Minnesota. Am Ende liege ich auch. In Oregon liegt ein verletzter Konditor in Tennessee, ein Doktor, ein ganz entsetzter Doktor der Philosophie. In South Carolina, ein Spitzer, Dentist in Kentucky, ganz matt, ein Makler, ein Nachtfluchtbesitzer, Lillie Blatt in Connecticut. Ein Dunst liegt über Dakota und über Nenni Nevada, da liegt Rauch und Qualm über Minnesota. Am Ende liege ich auch. Ein Dunst liegt über Dakota und über Nenni Nevada, da liegt Rauch und Qualm über Minnesota. Am Ende liege ich auch. In Georgia, ein Reiseleiter. In Oklahoma, ein Locht. In Florida und so weiter. In Washington und so fort. In Illinois liegt ein Vertreter in seinem Hotel in der Nacht und dieser Vertreter wird später im Lilligen ums Leben gebracht. In Maine liegt ein Autoverkäufer. In Michigan liegt ein Bankier, ein Wirt und ein Langstreckenläufer. Die Lilligen in Texas im Schnee. In Georgia, ein Reiseleiter. In Oklahoma, ein Locht. In Florida und so weiter. In Washington und so fort. In Georgia, ein Reiseleiter. In Oklahoma, ein Locht. In Florida und so weiter. In Washington und so fort. In Georgia, ein Reiseleiter. In Oklahoma, ein Locht. In Florida und so weiter. In Washington und so fort. In Georgia, ein Reiseleiter. In Oklahoma, ein Locht. In Florida und so weiter. In Washington und so fort. Ein Dunst liegt über Dakota und über Nenewada liegt drauf und Qualm über Nenewsota, am Ende liege ich auch. Untertitelung des ZDF, 2020